So, hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial Nummer 3 mit und von SofaTV. Simon ist auch wieder dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, wir sind nach dem letzten Mal von Reichtum und Berühmtheit überschüttet worden und deswegen auch heute wieder da, um ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsspecial zu präsentieren. Und dem steht natürlich wieder mal nicht im Wege. Sofaarte, get the loss. Jetzt geht's los. Eins, zwei, drei. Genau, und das Eins, zwei, drei möchte ich zum Entscheid haben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. zwei, drei, drei. Weihnachten! Und? Gutes Neujahr! Ja, und? Weiß ich nicht. Lass uns was einfallen, Zeit ist gut. Komm mal. Hoffentlich kriegt ihr gute Geschenke. Das ist so weit. Also, tschüss. Tschüss. So ist es. Ciao. Tutti. Axel sagt das. Und meine kleine persönliche Widmung in diesem Weihnachts-Special. Josef Oberneder. Danke, du bist der Beste. Und, ja, was soll ich mir sagen? Passt auf, der Nikolas. Der schaut euch zu. Wenn ihr euch erinnern könnt, er hat euch nämlich letztes Jahr schon zugeschaut. Und tut das auch heuer. Und er hat uns alles erzählt. Ja. Und deshalb gibt es heute als Neuerung ein Weihnachts-Bussi. Bussi-Baby. So macht man das nämlich mir heute. Und wir wünschen euch alles Liebe. Brav bleiben. Okay. Weil, vergesst nicht, nicht nur der Weihnachtsmann schaut euch zu. Auch wir. Wir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020